So, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rocket League, gemeinsam mit dem Brahman. Aloha! Na, alles gut für dich? Ja, sehr gut. Wir spielen ein bisschen Ranked 2v2. Nimmst du den? Ich nehm den, ja sicher. Ich hab so lange kein Rocket League mehr gespielt, aber ich hab voll Bock drauf gerade. Ja, ich hab auch schon ewig kein Rocket League mehr gespielt. Ich mach gern ein bisschen den Torwart. Okay, ich bin immer der, der am Ball vorbeiflickt, den mach ich gerne. Es wird jetzt sicher voll komisch sein für meine Zuschauer, weil wir haben ja noch nie was gemeinsam gemacht, ne? Ne, du hast mich gekillt. Ja, ich hab dich gekillt, wenn wir was gemeinsam machen. Ne, also, wir haben uns schön kennengelernt in Berlin. Bei einem sexy Erfrischungsgetränk. Ein oder zwei, ja. Boah, nice one! Richtig schön! Ne, das war schön. Wir haben uns zu Grafter Gamescom kennengelernt, glaub ich, ne? Youtube Gaming Party. Wir haben uns auch kurz gesehen, ja. Aber da haben wir uns nicht lange unterhalten. Richtig unterhalten, würd ich sagen. Und dann kennengelernt, haben uns, glaub ich, dann in Berlin in einem Lokal. Das war sehr nett. Ich denk immer wieder zurück an die Zeit. War's ja schön. Oh, scheiße. Ich bin auch da vorbeigesprungen. Oh! Oh! Schade! Oh, schade! Oh, schade! Oh, der liegt noch! Der ist noch heiß! Oh, nice! Sauber! Sauber! Ah! Perfektes Team, Alter! Wir machen das! Wir müssen's eigentlich hier nur halten, ne? 2-0 ist ja schon ganz gut. Das stimmt. Aber ein paar mehr schauen wir dann natürlich noch mal geiler. Oh! Aber nicht bei uns! Easy! Easy! Fuck! Ich hab' gefehlt. Oh! Ich hab' den Boost, ich bin da! Oh Gott! Boah! Gerettet! Nice! Oh! Ich hab'n Lag! Ja, Rocket League ist echt so'n Spiel, muss ich sagen. Es macht halt wirklich richtig Laune. Aber, ähm, ich glaub' teilweise sind die Zuschauer dem überdrüssig. Das ist wieder alle machen, dass es so immer dasselbe ist. Aber find' ich gar nicht. Ja, ich find' das auch nicht, weißt du, weil es einfach richtig Spaß macht. Ja, genau. Und das ist ja jedes Mal, je nachdem wer spielt, anders wieder. Ein anderes Video. Das können wir selber über Minecraft sagen, ja? Ich glaub' den... Nee, der geht nicht. Okay. Oh, der kommt aber schön. Oh, schade. Geiße, hat er gehalten. Jawoll. Ist auch egal. Der sieht gut aus. Ja, der geht rein, oder? Ja, der ist drin. Sauber. Da hat er dich noch zerstört, aber... Ja, aber das ist egal. Wenn er fliegt, dann fliegt er. Boah, sauber. Sogar hinter der Mittellinie. Nice. Uiuiui. Ja, ganz schön stressig. Jetzt muss ich noch nachziehen, jetzt muss ich noch einen machen. Ja, ich mach' mal einen. Du hast doch schon einen gemacht. Ja, aber du bist schon zwei, ne? So, als wenn er... Ist ja nicht so... Der hat hier ne... Oh. Ne Einheits... Oh, oh. Oh! Oh, nice. Der war schön. Na, guck mal da. Direkt nochmal bumpen mit den Autos. Da war ich knapp daneben. In dem Fall zurückziehen. Kein Problem, du warst ja da. Oh! Sieger durch Aufgabe. Nice. Wir legen direkt los in der nächste Wunde. Mal schauen. Alles gut. Jetzt sind wir Bronze 1. Mal schauen, ob wir jetzt hier stärkere Gegner bekommen. Echte Gegner kriegen. Echte Gegner. Nicht so Lappen wie gerade. Oh, der kommt in die Mitte. Oh, der kommt schön. Oh! Ah, schade. Hat der gut gerettet. Oh. Ne, das Fliegen hab' ich nicht so raus. Kannst du das? So richtig fliegen? Ne, das Fliegen kann ich nicht. Richtig schwer. Aber der kommt nicht gut. Oh! Geht ein! Nein! Ja! Oh Gott! Nein! Schade! Oh. Oh Gott. Oh nein, das war mein Fehler. Scheiße. Das stand echt schlecht. Fuck. Ich hab den Ball gar nicht gesehen. Ah, das holen wir noch auf. Ich bin davor gefahren, wo ich dachte, dass ich den Hochkrieger war. Blöd gelaufen. Egal, machen wir jetzt. Haben die halt ein kleines Pünktchen. Ist egal. Ja, machen wir ausgleich. Auf geht's. Oh! So. Der könnte sein. Der ist es. Der ist es. Der ist es, oder? Oh nein, ich wollte ihn noch klauen, Alter. Wunderbar. Fährst du? Ja. Ja, ich mach. Dann geh ich mir direkt den Anfangs-Boost holen. Oh, der ist da drin. Lol. Oh, da hat er einen Fehler gemacht. Nice. Der wollte sich einen extra-Boost holen. Hat er verkackt. Eiskalt. Ja. Den hab ich. Ich glaub, der geht nach vorne. Der kommt in die Mitte. Kannst du ihn machen? Ich kann's nicht. Scheiße. Der kommt noch mal. Der kommt noch mal. Aber du. Ja. Ja, warum? Alter. Wie hat er denn die Linie entlang tänzelt? Zweimal. Wie ich da vorweigesprungen bin. Da guck jetzt. Schon wieder an der Linie. Alter. Du brauchst gar keine Hilfe. Du machst das einfach. Schau mir ein bisschen Boost. Wenn du in die Mitte kriegst, wär super. Oh, der kommt echt. Krieg ich. Jawoll Mann. Boah. Was ein Team. Schön. Das ist krass. Nice. So. Noch mal nach vorne. Schön. Du die ausdribbelst. Und der ist drin. Jawoll. Eiskalt. Was ist denn los? Cristiano Ronaldo hier. Guck dir das an. Zweimal überstiegen. Dann in die Mitte. Muss ja gar nichts mehr machen. Boah. Ja doch. Eiskalt. Einfach reinsetzen. Ey. Oh. Jawoll. Ich respawn nur und sehe. Du bist mit dem Ball vom Tor. Alles klar. Der hat halt nicht gerettet. Nice. Und da wieder nicht. Komm, wir sind nicht angeflogen. Aber alles vergebens. 6-1. Boah. Schon wieder? Boah. Siegt euch Aufgabe. Alter, wir rasieren hier. Jungs. Da war doch noch eine Minute offen. Was ist denn los? Oh Gott. Oh, ich fliege. Lol. Ich bin da vorbei gesprungen. Ah, der hat mich noch mal ein bisschen erwischt. Sonst hätte ich das noch gekriegt. Da am Ball vorbei. Fuck. Sorry. Egal, machen wir noch. War vorher auch gerade 1-0, ne? Und dann war es 6-1. Komm. Die kriegen wieder jeden Ball hier. Warte. Den hat er nicht. Den hat er nicht. Den hat er nicht. Bei denen ein bisschen. Ja. Man merkt echt, dass die besser sind, als die gegen die vorher gespielt haben, ne? Ja, aber macht er nichts. Eine Herausforderung, da wächst man. Genau. Oh. Boah, der könnte. Der könnte was werden, ja? Ich bin noch nicht da. Weiß ich nicht. Ja, der ist drin. Jawohl. Reicht. Puh. Ausgleich, alles klar. Und go. Ja, das ist gerade echt ein bisschen spannend geladen hier. Der kommt gut. Aber ich bin im Tor drin. Ich hab ihn weckerammt. Der geht rein, der geht rein. Nice. Jawohl, nice. Alter. Guck dir das an. Das war ganz schön geil von dir. Könnte. Mitte. Oh nein, der geht drüber. Mehr geht der nicht. Oh nein. Nein, geht der nicht. Der war direkt an die Stange, Alter. Oh nein, den hab ich nicht. Ich geh nach hinten. Ja, mach das. Okay, jetzt kommt der nach hinten. Ich behal mich, ich komme. Der hat ihn drüber gespielt. Scheiße, scheiße, scheiße. Hab ihn. Boah. Ich hab den gekillt, Alter. Komm. Kriegst du den eben noch rein? Keinen Boost? Nein. Nein, scheiße. Der kommt mit da. Oh, 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 oh. Oh, nice hast du. Ich sammel ein bisschen Boost gerade mal. Können wir ihn vielleicht nochmal vorkriegen. Alles gut, 14 Sekunden noch. Oh, den kriegt er nicht, den kriegt er nicht ran. Ne, und der ist schön hoch gespielt. Der bleibt in der Luft hängen. Oh, nice. Haben wir, haben wir. Ist egal, haben wir. Sauber. Oh, es war nur ein kleiner Krimi jetzt. War eine coole Runde, waren drei coole Runden. Das war ziemlich fett, ja. Ich hätte nicht noch zu so oft gewinnen. Ja. Ranked? Kein Problem, na. Haha.